Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ich sage immer, die Veränderung ist gut und letztendlich wird alles wirklich sehr, sehr schön werden und sehr toll. Und es werden gute Zeiten auf uns zukommen, auch wenn wir die vielleicht noch nicht sehen können und uns nicht vorstellen können. Aber alles sieht danach aus. Und ich habe heute mal wieder im Garten gearbeitet. Das macht richtig Spaß, im Garten zu arbeiten, mit den Händen im Dreck und etwas sehen. Also Gartenarbeit, Arbeit auf dem Feld, auch eine solche Arbeit, körperliche Arbeit, ist eigentlich immer sehr, sehr schön. Deswegen auch, weil man relativ schnell ein Resultat sieht. Man sieht, wenn man einen Morgen im Garten gearbeitet hat und man sieht, wie schön und wie toll, wie sauber alles wieder aussieht. Und es gab da, ich habe dann Dreck weggemacht und Unkraut, Unkraut, es gibt ja kein Unkraut, aber es gab Ecken, wo ich mal, ja, das, was da ein bisschen überwuchert war, wegholen wollte. Und das waren Steine, darüber war ganz viel gewachsen. Ich habe das alles abgeschnitten und weggetan. Und dann war da ein Wurm. Und ich habe diesen Wurm ein bisschen beobachtet. Mir macht das Spaß, immer auch die Natur zu beobachten. Und der Wurm war fix und fertig mit den Nerven. Denn das, wo drin er sich versteckt hatte, nämlich das schöne Grün, war plötzlich weg. Und er hat dann, er ist dann erstmal vorsichtig über diese Steine, ja, geglitten. Ja, er hat sich dann ein bisschen hervorgewagt. Und er ist dann in alle möglichen Richtungen und wusste nicht, wohin. Und ich habe dem Wurm irgendwie, ich habe dem seine Panik, seine Angst, habe ich ihm, ich habe das angefühlt, ja. Und ich habe gedacht, oh Gott, er hatte sich da so schön versteckt in der Ecke. Da hätte er vielleicht noch bis zu seinem Lebensende sitzen können. Und jetzt war die schöne, pflanzige Ecke, die war weg. Und jetzt war er da offen auf den Steinen und hatte nichts, wo er sich hinter verstecken konnte. Ich habe ihn dann, ich habe ihn dann genommen und habe ihn dann, ja, ins Grüne, ins Gras gelegt. Und dann habe ich angefangen, über den Wurm nachzudenken und habe gedacht, ja, so ist es im Leben manchmal. Ich verstecke mich, ich sitze da, ich bewege mich nicht, ich rühre mich nicht. Ich möchte nicht auffallen, denn wenn ich auffallen würde, würde vielleicht was Schlimmes passieren. Also hocke ich da in meiner Ecke, einigermaßen geschützt, am besten, am liebsten möchte ich auch nichts machen, keine Veränderungen. Ich möchte auch nirgendwo hingehen, gar nichts. Ich möchte einfach nur ganz in Ruhe gelassen werden und da hocken und warten, ja, vielleicht sogar warten, bis das Leben dann irgendwann vorbei ist. Und dann kommt da eine große Veränderung. Ein Sturm, nennen wir es ein Sturm, nennen wir es irgendein Ereignis. Und das sorgt dafür, dass das, wo ich mich so sicher gefühlt habe, dass das dann plötzlich weg ist. Und ich stehe da, offen, bloßgestellt, alles ist anders. Ich kann mich nicht verstecken in meine alte Höhle. Ich kann nichts so tun, als wäre nichts geschehen. Das Alte ist weg. Es wird nicht mehr wiederkommen. Es ist nicht mehr da. Und ich liege da, als Wurm oder als Mensch, vollkommen hilflos, bloßgestellt, ganz große Angst, ganz große Sorgen. Und dann kommt jemand und packt mich und setzt mich dahin in dieses wunderbare grüne Gras, wo ich so viele Möglichkeiten, so viele Perspektiven habe. Der Wurm kann über das gesamte Gras, er kann sich in den Boden, er kann sich in den Boden zurückziehen und er kann im Boden in alle Richtungen weiter krabbeln. Er krabbelt ja nicht. Was tut ein Wurm? Er gleitet. Er kann sich weiterentwickeln und kann den gesamten Rasen, er kann die Natur erkunden, er kann wieder in alle möglichen Richtungen, alles, was ihm offen steht, kann er erkunden. Also das, was für den Wurm the worst case war, die schlimmste Situation, die er sich womöglich vorstellen konnte, nämlich, dass man ihm diese kleine Ecke da auf den Treppenstufen im Stein wegnimmt, ja, wo er sich versteckt hat, wo er sich auch nicht hätte bewegen können. Und er konnte nicht hoch wieder die Treppen. Dieser worst case, wo er dachte, Hilfe, jetzt ist alles zu Ende. Ich bin hier auf dem Stein, gleich zertritt mich jemand. Der worst case hat sich dann zu seiner tollsten Situation entwickelt. Denn er wurde genommen und er wurde wieder ins Gras gesetzt und jetzt hat er alle Möglichkeiten, sich in alle Richtungen zu entwickeln. Ich finde diese Geschichte deswegen so schön, weil sie auch zeigt, wie wir Menschen sind. Ja, wir möchten keine Veränderungen, wir möchten uns verstecken, wir möchten am liebsten immer da bleiben, wo wir sind, wir möchten auch keine großen Herausforderungen, also alles ganz ruhig, alles ganz schön, am besten bis zur Rente, immer die gleiche Arbeitsstelle. Ich habe ja nur noch fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, ich habe nur noch ein paar Monate und dann, wenn ich in Rente bin, endlich. Endlich mich zurücklehnen und endlich, endlich ausruhen können. Nein, so funktioniert das Leben natürlich absolut nicht. Es gibt kein Ausruhen. Es gibt kein, jetzt habe ich es geschafft. Natürlich, irgendwann habe ich es geschafft. Und das ist zu dem Zeitpunkt, wo ich sterben möchte, wo es keine Perspektive mehr gibt, wo meine Seele keine Perspektive mehr sieht, sich weiter zu entwickeln. Wo meine Seele weiß, hier auf dieser Erde, in diesem Körper kann ich nichts mehr tun. Ist mein Körper auch nicht mehr bereit, etwas zu tun? Es gibt keine Perspektive und dann, ja, dann kommt natürlich das Ende. Dann muss ich gehen. Und dann, vielleicht habe ich nicht all das getan, was ich hätte tun können. Und dann muss ich halt nochmal wiederkommen in einem anderen Körper, an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle und weiterarbeiten. Und einige werden sagen, ja, hurra, hurra, werde ich endlich nochmal wiedergeboren. Das ist schön, dieser Gedanke. Ja, der Gedanke ist schon schön. Aber was wir uns nicht vorstellen können, ist wirklich auch dieses, ja, wo einige in ihren Nahtoderfahrungen schon mal darüber erzählen, ja, wer Menschen kennt, die Nahtoderfahrungen hatten. Ich kenne einige solcher Menschen, die erzählen, dass es einfach nur schön war, einfach nur traumhaft, einfach nur Glück, einfach nur Liebe, einfach nur ein unglaubliches Glücksgefühl, Liebesgefühl und ein unglaubliches Gefühl, dass ich da nie mehr weg möchte. Die Seele ist glücklich, wenn sie nicht auf dieser Erde ist. Doch, sie kann auch glücklich sein, natürlich, hier auf dieser Erde. Aber die Seele möchte eigentlich gar nicht da weg, wo sie dann ist. Die Seele möchte nicht wieder hierher kommen. Aber sie muss. Sie verspricht, dass sie hierher kommt, um an sich zu arbeiten. Und wenn ich nicht mehr bereit bin, an mich zu arbeiten, wenn ich wirklich nur noch eines möchte, einfach nur Ruhe, einfach nur ein ruhiges Leben und nicht bereit bin, irgendetwas herausforderndes zu tun, irgendetwas zu tun, was meiner Seele gut tut und irgendetwas zu tun, womit ich etwas beitrage zu dieser Welt, wo ich etwas beitrage, auch für andere Menschen. In dem Augenblick ist es vorbei. In dem Augenblick ist meine Zeit hier, ja, ist meine Zeit hier erreicht. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir auch wirklich drüber nachdenken sollten. Weshalb bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ich bin nicht hier, um die acht Stunden am Tag für einen Chef zu arbeiten. Natürlich ist Teil meines Lebens. Ich bin auch nicht hier, um das Essen für meine Familie zu kochen. Doch ist auch Teil meines Lebens. Aber meine Aufgabe ist eine viel, viel, viel größere, viel stärkere, viel wertvollere, wertvoll vielleicht nicht einmal, aber eine viel größere, kräftigere Aufgabe. Nämlich die, das zu tun, was meine Seele braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das ist der Grund, weshalb jeder Einzelne von uns hier ist. Und das ist auch etwas, wo ich vielleicht auch mich selbst fragen könnte. Weshalb bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich der Grund, weshalb ich hier bin? Weshalb habe ich so viele Herausforderungen? Weshalb kriege ich immer wieder neue Herausforderungen? Und immer so große, schweren? Meine Nachbarin kriegt nie solche großen, schweren Herausforderungen. A, kenne ich ihre Herausforderungen nicht alle, weil sie wird sie vielleicht nicht alle mit mir teilen. Und B, ich bekomme nie eine Herausforderung, die ich nicht bewältigen kann. Je größer, je schwieriger meine Herausforderungen, desto mehr ist das ein Zeichen, dass meine Seele sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau befindet. Nicht umgekehrt, nicht auf einem negativen, niedrigeren Niveau. Ganz im Gegenteil, auf einem höheren Niveau. Denn nur, wenn ich eine Seele habe, die das verkraften kann, gibt der Schöpfer mir auch solche Aufgaben. Große Aufgaben bedeutet, dass meine Seele auch wirklich in der Lage ist, eine solche große Aufgabe bewältigen zu können. Und das vergessen wir so oft. Wir sehen das so oft, weil wir auch so erzogen worden sind, viele von uns. Dass es eine Strafe ist. Es ist niemals eine Strafe. Ganz im Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil von einer Strafe. Es ist nämlich wirklich nur dazu da, es dient nur unserem Wachstum. Es ist nur dazu da, dass wir lernen können. Dass die Seele wachsen kann und lernen kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Und danke, dass ihr bis zum Schluss wieder eines der vielen, vielen Videos, die ich für euch mache, zugehört habt. Und danke, dass ihr bis zum Schluss wiedersehen könnt.